Ich habe jetzt ein paar Untertitel geschrieben. Den Rest schreibe ich später, wenn ich zurück bin von der Musikschule. Dann seht ihr den Rest später. Also die, die kein Deutsch kennen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir wanderten in der Stadt und gucken, ob man so eine SIM-Karte kleiner schneiden kann. Das geht irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall, ja. Das war's dann auch fast. So, ich wollte jetzt mal ein Kamerasetting ausprobieren, wie ich das jetzt in meinem Zimmer machen könnte. Damit ich, falls ich mal was im Reden habe, weil ich habe jetzt immer noch nichts gefunden, worüber ich reden kann. Was ein bisschen dumm ist, warum ich jetzt eigentlich ein Video starte. Aber das Video wäre sonst normalerweise zu kurz gewesen, was ich jetzt noch heute gedreht hatte. Deswegen mache ich jetzt noch ein Video. Ähm, ich könnte vielleicht so bei den nächsten Videos mal so ein 50-Fakten-Video machen. Aber ich wüsste jetzt mal noch keine 50-Fakten, deswegen müsste ich erstmal welche recherchieren. Über mich. Dann muss ich jetzt mal gucken, was so andere gemacht haben, damit ich so ungefähr weiß, was ich überhaupt in so einem 50-Fakten-Video machen könnte. Ähm, vielleicht fange ich auch an, wieder Covers hochzuladen, nur zurzeit läuft das nicht so ganz mit meiner Stimme. Weil ich bin immer noch irgendwie so leicht erkältet und da kann man halt schlecht was aufnehmen. Und ich versuche mal deutlicher zu reden, weil mir ist aufgefallen bei meinen Videos, die ich halt so in den letzten paar Tagen gemacht habe, dass ich ein bisschen undeutlich gesprochen habe. Und ja, ja, ich glaube, dieses Video ist so wie das letzte Video ein etwas kürzeres Video. Ja, auf jeden Fall. Denn ich habe nicht so viel, was ich jetzt heute bereden könnte oder was ich filmen könnte, weil... Ich war es heute die ganze Zeit beim Schneiden von den ganzen Sachen und habe halt Untertitel geschrieben, für die, die kein Deutsch können und... Ja, das hat ein bisschen sehr lange gedauert und dann war es auch schon, wie es jetzt ist, dunkel. Und ja... Und dann stehe ich jetzt hier. Schon fast 18. Da gibt es aber noch keinen Führerschein. Ach, wenn ich einen Führerschein habe, dann kann ich auch so Reiseblocks anfangen zu machen. Ja. Das klingt gut. So, ich bin jetzt unten im Wohnzimmer. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Küche. Ich mache mir dann jetzt was zu essen. Und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Du weißt ja auch nicht wirklich, was ich sonst filmen könnte. Weil es ist halt heute wenig passiert. So, ich habe jetzt eine Idee, was ich machen kann. Ich habe ja gestern, ja gestern so ein Cover aufgenommen. Und ich werde das dann zusammen mit diesem Vlog, der ist halt ein bisschen sehr kurz dann, damit es halt nicht zu kurz wird, lade ich dann halt noch das Video hoch. Mit ein paar so Einschnitten. So. Um zu gucken, halt wie ich so Sachen einsetzen kann. Mal gucken. Ähm, außer dir ist mir gerade aufgefallen. Das Video, was ich morgen hochladen werde, wird mein sozusagen Geburtstagsvlog sein. Weil es halt an meinem Geburtstag hochgeladen wird. Und ja, deswegen kriegt ihr dann das Video sozusagen als Geburtstagsgeschenk. Jetzt muss ich auf Chappelle. Der hat alles falsch gesehen. Probieren wir auch viele Leute. Ich kann sichichte bis drei es Deutschland anschauen. Ach so